Hey Leute, das ist ganz Hüam, willkommen bei WTN Krypto. Bitcoin sieht die Mutter aller Konsolidierungen, da der BTC-Preisdruck von 40.000 Dollar scheitert. Bitcoin, BTC, erlebte am 15. März über Nacht einen erneuten kurzen Short Squeeze, wobei die Bullen immer noch versuchten, den Widerstand von 40.000 Dollar zu knacken. Händler, die von der Marktzusammensetzung nicht inspiriert sind. Daten von Cointelegraph Markets Pro und TradingView zeigten, dass BTC USD am Dienstag knapp unter der psychologischen Barriere Höchststände erreichte, bevor es zu früheren Niveaus zurückkehrte. Die mittlerweile allzu vertraute BART-Formation folgte auf die Nachricht, dass die Europäische Union einen Regulierungsmechanismus zum Verbot von Proof-of-Work-Algorithmus-Kryptowährungen abgelehnt hatte. Die Bewegung war zwar bedeutsam, hatte jedoch wenig Erleichterung bei der BTC-Preisaktion bewirkt. Altcoins zeigen im BTC-Paar wieder große Schwäche, da sie fallen. Bitcoin konsolidiert sich immer noch. Nicht die besten Zeichen für die Märkte, um ehrlich zu sein, fasste Cointelegraph-Mitarbeiter Michael van de Poppe in seinem neuesten Bericht zusammen Twitter-Update an dem Tag. Bitcoin blieb somit in täglichen Zeitrahmen praktisch unbewegt und frustrierte einen Markt, der monatelang in einer Handelsspanne gefangen war. Die Liquidationsdaten der On-Chain-Überwachungsressource Coinglass zeigten ebenfalls begrenzte Marktbereinigungen infolge des jüngsten Squeeze-High. Die BTC-Liquidationen beliefen sich über 24 Stunden auf insgesamt 47 Millionen Dollar. 39.000 Dollar sind ein König des On-Chain-Volumens. In Bezug auf On-Chain-Metriken wies Lex Moskowski, CEO von Moskowski Capital, jedoch auf die historische Bedeutung der aktuellen Spot-Preis-Niveaus hin. Verwandte, zwei Jahre seit dem Covid-19-Crash, fünf Dinge, die man diese Woche in Bitcoin wissen sollte. Mehr BTC bewegte sich zuletzt bei rund 39.000 Dollar als zu jedem anderen Preispunkt, was das Verhalten von March zudem machte, was er, die Mutter aller Konsolidierungen, nannte. Wie Cointelegraph berichtete, verstärken Akkumulationstrends weiterhin die Stärke der Spanne von 38.000 bis 39.000 Dollar, was in der vergangenen Woche bei Wahlen besonders beliebt wurde. Hey guys, this is Ganjsham, welcome to WTN Crypto. If you want to more update regarding WTN Crypto, then subscribe our channel, press the bell icon. And thanks for watching our video, thank you very much.